Hey Fans, willkommen zu der nächsten Folge von Who Got Game, präsentiert von der Deutschen Familienversicherung. Das haben die Trainer immer und die schreiben da den Spielzug immer drauf. Coaching Board. Ja, noch anders, eher so ein anderes Wort dafür. Whiteboard? Nee, das letzte Wort ist schon richtig, aber das erste Wort ist falsch. Taktik Board. Ja genau, Taktik Board, jawoll. Am Montag spielen wir in einer großen Arena. Wenn ich ein Foto von mir selber mache, dann mache ich ein. Selfie. Oh, schlecht. Das war leider nichts. Wenn es bei euch auch mal schief geht, dann ist vielleicht der Unfallschutz von der Deutschen Familienversicherung was für euch. Schaut in die Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.